Musik 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 Landaubilo, die zenteste Lines hat der SCB zuletzt dreimal verloren, wenn hier das 1 zu 0 von Genfsee. Jurei Schimek schiesst das frühe 1 zu 0 der Gäste. Musik Jurei Schimek hat zuletzt eine Torflaute hinter der Unterzahl geraten sind. Raymond mit dem Schuss und Haas mit dem Tor. In der 12. Spielminute gleicht Gaito Haas das Spiel aus. Heim kommt aus der Ecke heraus und versucht es mit einem Bauern-Trick. Kempf ist dann der Mann, der das 2-1 erzielt. Mark Kempf ist eben erst zurück von einer Zwangspause. Der Tumor ist weg und die Scheibe ist im Tor. Er zieht jetzt seinen Treffer beim Comeback. der Gäste. Der Gäste. Spalling via Hand und die Scheibe ist im Tor. Das ist der Anschlusstreffer der Genfer. Ria mit der Möglichkeit Löffel-Torausgleich. Und Genfer hat tatsächlich den 2-Tore-Rückstand aufgegriffen. Wieder Tumornes. Tumornes jetzt übernimmt Ria. Der schiesst mal und der Nachschuss landet im Tor. Tumornes schiesst den Siegestreffen. Für Genf Servetas hier mit 4 zu 3 nach Verlängerung Gewitz. Gäste für die Wachter. • beim als retro- und freun intestine. Übergang. Benutente Silber, sagte, Bleingσiedzial. Übergang. Die drogiche werdenợtким. Untertitelung des ZDF, 2020